Hey, ho! Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! In der letzten Episode haben wir irgendwelches Zeugs gemacht. Der läuft, sehr gut. Der soll auch laufen. In der letzten Episode habe ich festgestellt, wir haben Aluminium, Nickel, Platinum, viel zu viel Zeug. Okay. Tin. Ich gehe einfach auf alle eins und dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes noch brauchen. Ja, ich denke, dann haben wir erstmal genug Upgrades. Ich habe einen Riesenschwung hergestellt. So. Bam. Sehr schön. Das Ding sollte jetzt inzwischen immer noch funktionieren. Jep. Das sieht gut aus. Hier drüben habe ich auch das Zeugs irgendwie repariert. Da war auch irgendwelche, indem ich einfach noch meine Trashcane hinzugefügt habe, dass ich etwas mehr Storage habe. Ja. Da sind jetzt richtig viele Sachen überall dran. Mal schauen. Vielleicht kann ich das eben... Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich tatsächlich die abgegradeten Sachen hernehmen würde. Habe ich das wieder eingeschaltet? Ich glaube schon. Ja, natürlich. Es fallen neue Gegner runter, also muss ich es eingeschaltet haben. Okay. Habe ich irgendwo was drin, was ich eigentlich komprimieren wollte? Nein. Wow. Ich habe Cyanide. Sehr schön. Was brauche ich? Ich brauche noch Plutonium. Ein Stack. Okay. Cyanide. Cyanide braucht Cyanide Dust. Und das kriege ich aus den Ingots. Moment. Uses. Ach ja, Plutonium. Es gibt hier kein Plutonium-Dingenskirchens. Interessant. Da müsste ich den hier viel ineffizienter machen. Oder viel, viel größer. Das wäre die andere Möglichkeit. Ah, das läuft sehr schön. Jetzt dürfen meine Maschinen auch gut durchlaufen. Ich glaube, ich spawn mal zum Spaß ein paar Endermen da drin. Ja, ich glaube, da muss ich einfach nur Rechtsklick hier halten und dann passiert es von ganz allein. Dachte ich. Okay. Damit haben wir das doch gleich mal in der Maschine ausprobiert, die sehr, sehr viel Energie zieht. 1600 df pro Tick. Aber gar kein Problem. Gar, gar kein Problem. Wir ziehen hier nicht mal mehr raus, als wir brauchen. Wahnsinn. Das ist so cool. Heat of the Reactor Casing. High Heat raises energy output and coolant conservation. Okay. Ach ja, stimmt. Ich glaube, ich habe überhaupt keinen Redstone-Port. Ich habe einen RF-Port, aber keinen Redstone-Port. Wenn das ein bisschen länger dauert, das ist natürlich doof. Dann muss ich da noch ein bisschen weitermachen. Äh, Compressor. Dann machen wir mal ein bisschen Kompressor. Dann machen wir ein bisschen die Richtung weiter. Password Things. Der kann Kohle in Raw Carbon konvertieren. Raw Carbon in das. Schön. Kann man die wieder entcraften? Nein, kann man nicht. Interessant. Das wusste ich nicht mal. Na gut. Endermenskull. 16 Stück in eine Ender-Perle und einen Fender-Perl. Das ist nicht so schlecht. Das schon eher. Emerald Bits and Emeralds. Blazes in Blaze-Port and Blaze-Shots. Das lohnt sich. So unnötig, dieses Rezept. Das ist auch unnötig. Die meiste Zeit. Oh, aber der kann Holzkohle in Carbon umwandeln. Das ist natürlich dann auch wieder cool. Und das und diese Dinger hier, die Horses loswerden. Und Giant Cubes in Lapis Cubes umwandeln. Interessant. Das lohnt sich ja fast. Neutronium Compressor. Das ist auch noch nicht das Richtige. Weil ich dafür ein anderes anbrach. Was ich haben will, ist das hier. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir dafür alles brauchen. Ich weiß, das andere war ein bisschen sehr, sehr übertrieben. Weit ausgeholt. Der braucht Advanced-Dinger. Dafür brauche ich Enriched Alloys. Die brauchen Redstone und Eisen. Redstone und Eisen. Das dürfte gar kein Problem sein. Enrichment Chamber. Bitte die einsetzen. Sehr gut. Dann. Steel Casing braucht Osmium, Glas und Stahl. Osmium, Glas, Stahl, Osmium, Glas, Stahl, Stahl, Glas und Osmium. Ich stelle einfach mal sechs Stück her. Ich hoffe, dass das erstmal dann reicht. Die zwei Eimer, die kann ich garantiert irgendwo abziehen. Die Frage ist, ob ich das hier hernehmen will oder nicht. Inzwischen nochmal sieben Stück. Ich brauche Stacks, von denen, wenn ich mich recht entsinne. Da muss ich wahrscheinlich zwischen den Episoden mal den Reaktor ein bisschen aufbessern. Das wäre auch besser. Irgendwie zumindest mal in so ein 25x25x25 oder sowas. Nee, das wäre ein bisschen arg übertrieben für eine Episode. Also für einmal zwischen den Episoden. Das erinnert mich. Ich muss langsam mal das andere Letztball weitermachen. Ansonsten, naja, wäre auch nicht super dramatisch. Ah, Spealdurst. Äh, Spealdurst darf dann mal geschmolzen werden in echten Stahl. Ähm. Das dürfte wahrscheinlich auch acht pro Stück sein, oder? Ja. Das heißt, ein Stack von denen bitte. Und die waren Osmium und Redstone. Dann sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen Osmium herstellen. Äh, habe ich noch Osmium. Das ist Silber. Das ist Platinum. Das ist Osmium. Der Effekt geht darum. Und da rein. Die dürfen mal wieder hierhin zurück. Das hier, das passt. Okay. Platinum. Wo ist mein... Da ist mein Osmium. Da ist es sehr schön. Komm, das wird sowieso eine Ewigkeit dauern, bis das soweit ist. Haben wir so wenig Energieproduktion im Moment? Irgendwas ist hier sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht sollte ich wirklich die Conduits alle mal austauschen. Das werde ich mal schon mal machen, dass das alles das gleiche Zeugs ist. Dann brauche ich... Vibrant, das hier. Das sollte erstmal reichen. Ich will nicht mein ganzes Vibrant Alley schon wieder hernehmen. Das ist sonst nämlich irgendwie nervig. Halt, das ist... Das hier. Okay. Die kann ich nicht vain minen. Die schade. Das ist doof, wenn die verloren gehen, weil die relativ teuer sind. Andererseits kümmert mich das im Moment auch nicht wirklich. Sobald ich da hinkomme, kann ich die auch höchstwahrscheinlich problemlos herstellen. Haben die jetzt genügend Power? Ja, jetzt kriegen sie das. Ich glaube, dass da irgendwas nicht so ganz hingehauen hat. Sehr schön. Ja, jetzt bekommen die richtig Power. Speed Upgrades hätte ich natürlich dann auch noch gern, aber... Alles halt nicht. Alles ohne große Eile. Das hier und das hier. Die Solar Panels dürfen halt dorthin. Ach ja, ich muss schauen, wie viel Galorium habe ich noch. Vielleicht sollte ich da mal wieder ein bisschen was herstellen. Oh, stimmt. Ich sifte fast nie Sand. Das muss ich nachbessern. Und zwar dringend, bevor mein Reaktor ausgeht. Das wäre doof. Dann müsste ich ja direkt drauf warten. Und das wäre doof. Ähm... Lutonium ist schön und gut, aber... Was wollte ich jetzt noch mal machen? Ich wollte den Compressor mir anschauen. Okay. Genau, die Sachen sollten jetzt alle funktionieren. Damit kriege ich langsam mal die ersten von denen. Enriched Core. So. Was fehlt mir hierfür? Nur die Dinger. So. Und mein Compressor ist bereit. Der kann jede Menge Sachen machen. Der kann zum Beispiel Sachen aus mir am Infusion. Geht das nur mehr Ding jetzt? Users. Wahrscheinlich. Jep. Aus mir am Compression. Sehr schön. Aus mir am. Sehr gut. Claim. Resonant Upgrade Kit. Das macht aber nur zu... Das habe ich auch noch mal nachgesehen, dass ich mich da getäuscht habe. Ah doch. Die sind tatsächlich Conversion Kits. Das ist richtig cool. Im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich jetzt eben bekommen habe. Energized Smelter wird wahrscheinlich das nächste sein. Gas Charm. Was ist denn... Was kostet eigentlich ein Speed Upgrade? Speed Up... Äh... Upgrade. Die Mechanism Upgrades. Das sind Password Things Upgrades. Ist das nicht das Richtige? Ähm... Back-in-Mopper brauche ich auch nicht. Machine Traversal. Das ist Solar Flux Reborn. X-Ray Utilities. Ah, okay. Die kann man wahrscheinlich... Uh, dafür braucht man die Sachen. Dafür braucht man einen Enchanter. Und Neverstar. Neverstar. Das habe ich noch nicht. Kommt später. Hier sind sie doch. Aus mir und Dust. Uh, aus mir und Dust brauche ich dafür. Riech, ne Güte. Das war aus mir und... Yep. Wie furchtbar. Ups. Ich habe sogar noch mehr. Äh... Aus mir und Dust. Äh... Wie viel will ich von denen... Ach ja, und Energy Upgrades kosten. Was? Energy Kosten. Das ist ein Anker. Ah. Energy braucht Golddust. Okay. Das ist hier Lorium. Immer noch. Das ist Gold. Ja, jetzt habe ich drei Stacks. Auch okay. Zulfur. Ich habe sogar ein bisschen Pulverized Gold. Äh... Und ein bisschen Office Meal. Dann brauche ich mehr von denen, die hier inzwischen vorbereitet werden. Glas habe ich, glaube ich, noch ein bisschen. Dann kann ich mal schauen. Speed Upgrades. Äh... Wie hoch stacken die? Ich glaube, bis 8. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich kein Glas mehr. Uh. Wie furchtbar. Da muss ich ja direkt... Ähm... Sand erstellen. Und Sand erstelle ich am besten auf die Variante. Auf die klassische. Das kommt... Äh... Weg. Das darfst du dessen den hier haben. Okay. Weg damit. Das hier her. Ähm... Hat er mir die geklaut? Einen hat er mir geklaut, ja. Ich sollte ein bisschen weit hier rüber gehen. Ähm... Das brauche ich nicht. Stattdessen kann das hier hin. Warum sind die überhaupt verschoben? Bin ich irgendwann zwischendurch mal von der Ewigkeit draufgegangen und habe das total vergessen. Zwei Stacks. Sehr schön. Dann nehme ich die Sachen hier und schmelze die einfach ein. Damit ich den Sand bekomme. Die Sachen funktionieren auch bestens. Ähm... Energy Upgrades. Und da. Was fehlt mir jetzt? Ach ja, immer noch Enriched Alloys. Na gut. Crusher. Nein. Infuser. Speed. Die anderen Sachen kann ich zwar auch gut brauchen, aber die kommen beim Anschluss. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir haben ja genug Power. Das ist ja die Sache. Das braucht halt 700.000 RF. Ich produziere im Moment genug. Das kostet mich 4.000 RF. Das ist natürlich etwas sehr viel. 2,9. 2,4. 1,6. Okay. Aber damit kann man schon langsam arbeiten. Ähm... Energy Upgrades. Das ist 15 Stück. Und dann ist mein Glas weg. Gold, das habe ich noch nicht. Ähm... Woraus waren wir? Stehen geblieben hier. Das hier. Dann brauche ich aber auch wieder Eisen. Dann kann ich nämlich nochmal ein Stack von dem Zeugs enrichen. Und dann natürlich auch die Energie Upgrades einbinden. Ähm... Ganz so viele werde ich natürlich nicht brauchen. Das sind acht Stück. Dann kann ich einen Stack von dem hier nehmen. So. 500 RF pro Tick. 400 RF pro Tick. Das ist möglich. Äh... Dann Enrichment Chamber wahrscheinlich das nächste. Acht von denen. Wie viel Energie kostet denn das jetzt? 16 RF. 12. 9. Wenn man die hier zuerst einsetzt. Auf den Maschinen lohnt sich das überhaupt nicht. Aber da sieht man 4 RF pro Tick. Das ist halt gar nichts mehr. Ähm... Dann sollte ich ein paar Speed Upgrades herstellen. Ähm... Sehr schön. Er ist schon fast fertig. Gut. Speed. 24. Reichen jetzt erstmal. Äh... Energy Upgrades. Kann ich bestimmt auch noch ein paar herstellen. Nein, dafür fehlt es Gold. Ah, jetzt. Ich könnte mal ein paar mehr von den Dingern brauchen, ehrlich gesagt. Äh... Energy. Und... Jetzt fehlt mir... Glas habe ich. Was fehlt mir für Energy Upgrades? Gar keine Ahnung. Glas. Gold. Und das Zeugs. 5 Energy... 24. Achso, genau. Das passt. Speed. 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 Und... Ähm... Dann würde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen... Ups. Mehr Eisen hernehmen. Das dürfte dann reichen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in den Reaktor teleportiere. Das wäre ein bisschen ungünstig. So. Ähm... Nicht den Crusher da. Gut. Äh... Ja. Äh... 10 Kilo Joule pro Tech. Ja. Äh... Äh... EU. Das war damals noch... Oh, meine Güte. Eines der ersten Brauersysteme, mit denen ich zu tun hatte. Ich glaube, das war damals mit... Äh... Ich glaube, ich habe sogar noch die Anfänge von... Äh... Habe ich noch Glas hier drin? Nein. Äh... Das heißt, ich brauche... Äh... Ein bisschen mehr Glas noch. Danke. Das verbraucht sich auch so schön schnell. So. Das ist fertig. Dann kann ich bestimmt auch nochmal die letzten Speed Up... Äh... Energy Upgrades machen. 1, 2, 3. Okay. Und dann würde ich sagen, wir schauen erstmal, was wir noch alles brauchen. Der hat im Moment beides. Sehr schön. Der hat... Nur Speed. Der hat auch nur Speed. Nein. Der hat auch schon... Der hat schon Energie. Der hat noch nicht Energie. Sehr schön. Und... Uh... Ich habe noch zwei Sachen übrig. Speed 8. Speed 8. Habe ich da zu viele gemacht. Speed 8. Äh... Dann sollte ich noch... Verkehrt. Auch noch Verkehrt. Mal ein paar mehr Speed Upgrades herstellen. Und zwar... So. Äh... Dann würde ich die Sachen nochmal irgendwo abladen, wo ich sie nicht sehe. Das hier und das hier. Okay. Die nächste Maschine. Smelter. Uh... Das ist gar nicht so schwer. Da habe ich irgendwas eingehauen. Naja. Nicht so dramatisch. Das hier. Das brauche ich noch. Machine Casing. Dafür brauche ich Basic Capacitor. Capacitor. Und das hier. Capacitor. Braucht... Kupfer. Gold. Redstone. Was ich im Moment schon wieder nicht mehr habe. Okay. Ich glaube, ich habe einen riesen Schwung davon hergestellt. Deshalb dürfte es jetzt nicht so ein großes Drama werden. So. Sehr schön. So. Ähm... Energize Smelter wollte ich eigentlich haben. Das andere ist Blödsinn. Äh... Halt das und das bleibt bei mir. Das und das dürfen da rein. Äh... Wahrscheinlich nicht. Ich muss das alles mal sortieren. Energize Smelter. Power und Speed Upgrades natürlich auch reinnehmen. Und in der Zwischenzeit claim ich dieser Loot Chest. Kein Grund die Sachen nicht anzunehmen. Die werde ich ja später auch brauchen dafür. Ja. 4 Kilo RF ist ein bisschen sehr viel. Okay. Langsam muss ich mal schauen, dass ich... Das soll... Das ist ein bisschen sehr entzüfte. Oder habe ich das sogar schon gemacht? Ein bisschen habe ich sogar gemacht. Okay. Na gut. Äh... Nächste Sache. Wind. Rotary Condensed Trader. Kondensentrator. Okay. Schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Tank. Das braucht Redstone. Ich habe kein Redstone. Ich habe schließlich alles für... Das weiß ich was hergenommen. Für irgendwas Nutzloses. Osmium. Osmium. Osmium kann ich bestimmt noch hier rausnehmen. Und ein bisschen loswerden. Äh... Energy Tablet braucht Gold. Und... Enriched Alloys. Ich habe ein paar habe ich noch. Energy Tablet. Condensed Trader. Gut. Dafür erst... Da fährt es erst meine Kiste. Den können wir später für andere Sachen hernehmen. Und... Was kriegen wir? Black Lotus. Schön für spätere Britannia Sachen. Um die wir uns immer noch nicht gekümmert haben. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, die wollten uns mal umkümmern. Ähm... Diamond und Obsidian kann ich jeweils noch kompressen. Obsidian. Und Diamond. Ich habe gedacht, das wäre... Ah... Ich muss das auch noch erst refine. Ups. Äh... Dann hole ich mir doch gleich noch mal ein bisschen mehr Obsidian. Und... Und mache das dann gleich richtig. Eins... Zwo... Klick. Äh... Eins... Zwo... Oder... Äh... Wo kann ich... Muss ich... Auch enrichen. Äh... Enrichen dieses Mal. Äh... Enrichen. Sehr schön. Die brauche ich glaube ich für die Elite Sachen. Habe ich eigentlich inzwischen komplett volle Sparer und... Ähm... Ja. Ja. Sehr gut. Das müsste passen. Loot Chest. Claim. Und immer noch das Zeug, das mir immer noch nichts bringt. Uh... Da wurde wieder abgeerntet. Deshalb loot sich das... Dirt, Wood, Water... Never, Stone, Never... Oh... Tatsächlich. Das verbessert sich. Die Farmen wachsen. Das gefällt mir direkt ein bisschen. So... Ähm... Elektrolytic Separator. Wie viel Zeit haben wir? Uh... Wir sind schon gut über dem Zeitlimm. Dann würde ich sagen, wir machen das beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.